Hallo meine lieben Backfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Backensachen und heute zeige ich euch für den Schmeingeldbeutel, wie ihr ganz einfach nice-to-Party-Snacks herstellen könnt. So, für die Füllung unserer Blätterteig-Snacks brauchen wir einmal 1 Esslöffel Tomatenmark, 150 Gramm Dosentomaten, das könnten gehackte sein oder passierte, 100 Gramm geriebener Käse, in meinem Fall ist es Emmentaler und eine gebratene Zwiebel und dazu noch zum Schluss unseren Blätterteig. So, für unsere Füllung tun wir jetzt einfach alle Zutaten in eine Schüssel und nun wird das Ganze richtig schön ordentlich verrührt. So, hier haben wir unseren Blätterteig, ich habe den jetzt einfach ausgerollt, ihr müsst auch nichts weiteres damit machen, nur jetzt eure Füllung eine Hälfte davon bestreichen, ihr könnt das auch markieren, mit der Messerrückseite, einmal durch die Mitte ungefähr und dann verstreicht ihr die eine Hälfte schön ordentlich damit ein. So, eine Hälfte habe ich jetzt zum Geschmieren. Wichtig ist beim Geschmieren, und zwar, dass ihr hier ein bisschen was freilasst, weil wenn ihr das jetzt so rüberklappt und das dann ein bisschen andrückt, quillt das nicht irgendwo raus aus den Seiten, dann ist es dann nämlich ein bisschen angenehmer, so arbeitet ihr die sauberer. Aber jetzt, wo ihr das so schön gefaltet habt, nehmt ihr zwei Fingerbreite und dann geht ihr mit dem Messer so ein bisschen entlang und schneidet das jetzt in gleichmäßige Stücke. Ich habe meine ganzen Stücke eingeteilt, nun heize ich den Backofen auf 180 Grad Umluft vor und jetzt zeige ich euch, wie überhaupt solche schönen Stangen macht, denn wir legen die nicht einfach so hin, sondern wir zwirbeln die jetzt einmal und das zeige ich euch jetzt. So, ihr nehmt beide Enden in eure Hände und dann bewegt ihr die linke Hand von euch weg, macht ungefähr zwei Umdrehungen und dann die rechte Hand zu euch hin, auch nochmal zwei Umdrehungen. Dann habt ihr so eine schöne Spirale. So, ich habe jetzt alle meine Party Snacks gezwirbelt und jetzt backe ich sie für ungefähr 10 bis 12 Minuten bei 180 Grad und ihr könnt das Ganze natürlich noch mit Käse bestreuen oder mit Saaten bestreuen, mit Mohn und Sesam. Ich möchte das alles gerne naked haben, deswegen sehen wir uns gleich, wenn sie fertig sind. Ja, meine lieben Backfreunde, die Party Snacks sind endlich fertig. Wir haben ein wirklich einfaches Rezept. Ich hoffe, ihr könnt den ganzen auch easy folgen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns, euer freundlicher Bäcker aus der Nachbarschaft. Ciao.